Und willkommen zu diesem Video, in dem ich dem Monat Juli 2020 noch einmal Revue passieren lassen möchte. Das Projekt The Legend of Heroes Trails from Zero wurde erfolgreich zu Ende geführt. Auch das Projekt Harry Potter und der Stein der Weisen für den Game Boy Advance wurde komplett reuploadet. Die Projekte Deadly Premonition 2 und Tokyo Xanadu X Plus wurden gestartet. Und nun kommen die Highlights. Miau! Und willkommen zurück zu Let's Play. Ich hab gerade den Namen des Spiels vergessen. Deadly Premonition 2. Du hast die Herausforderung bei Flipendo bestanden. Dein Ansehen wird steigen. Wieso? Wow, der hat Flipendo gelernt. Der ist voll berühmt. Der hat Flipendo gelernt. Den Standardzauber, den alle können. The Seal is gone. Ja, die Power of Cheesiness hat uns alle gerettet. Autos, deren Räder sich gar nicht drehen. Das ist echt Future Shit. Oh Gott. Ja, geile Framerate. So kennt man das doch von Deadly Premonition. Harry guckt einfach so richtig hochnäßig. So abwertend zur rechten Seite hin. Also von ihm aus gesehen links, aber von uns aus gesehen so ein richtig hochnäßiger Blick. So, ich bin was Besseres als ihr alle. Oh nein, irgendjemand will den zerlegten Menschen zerlegen. Die gehören bestimmt zu so einer Straßengang. Die sind so cool und edgy. Die tragen auch so Klamotten, die zueinander passen. Also der hat auch genau das gleiche Outfit an. Und da ist so richtig heftig krass so ein Teufel drauf. Mit, äh, hier seht ihr das? So ein Teufel mit Hörnern und so geilen Tribal-Mustern. Und hinten ist ein richtig fettes Feuer drauf, wo Blaze draufsteht. Ja, die sind definitiv voll cool. Ähm, hallo? Was war das denn für eine Aussage? Also, auf Englisch war das so richtig doppeldeutig. In die Wohnung? Hat er nicht gesagt. Äh, jedenfalls nicht Coming Inside. Ich gewöhne mich langsam an dich. Ich meine, ich hab dich jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Zum zweiten Mal, wenn ich jemanden zum zweiten Mal treffe, ist der langweilig. Dann will ich gar nichts mehr mit dem zu tun haben. Erfesselt sie jetzt ihre Magical Girl Power? Mann, sieht das klobig aus. Können wir die Leute hier einfach schlagen? Gewalt, gewalttätiges Verhalten? Ja, scheiße. Wieso kann man denn hier jetzt einfach in der Stadt, das konnte man im ersten Teil aber nicht. Was passiert gerade mit ihm? Kriegt er jetzt auch seine Magical Girl Powers? Yay. Er ist auch ein Magical Girl. Und er übertreibt voll. Duschen. Man kann diesmal auch duschen, okay. Aufs Klo gehen kann man aber immer noch nicht. Das macht man dann in der Dusche. Und willkommen zurück zu Let's Play Milhouse Potter. Hallo Darkness, mein altes Freund. Ich komme wieder zu belootet. Was ein schönes Lied. Vor allem, wenn ich das singe, oder? Findet ihr nicht, dass ich ein unglaubliches Talent habe? Du bist auf deinem Besen. Ach nee. Ich setze mich jetzt hier hin. Und solange ich jetzt sitze, kannst du die Bahn nicht benutzen. Das ist ja, denn du wirfst mir die Kugel voll in die Fresse und dann muss ich ins Krankenhaus. Der... Das wirkt so sau unkoordiniert. Aber das ist es auch. Junge, wo längst denn du hin? Vor allem hat sie noch gesagt, Ja, iss hier doch mal was. Ja. Ich kann aber jetzt nichts kochen. Ich habe keine Zutaten da. In meinem Restaurant. Was geöffnet hat. Für Kundschaft. Ich werde kommen. Das will ich hoffen. Und zwar tief in dir. Das will ich hoffen. Du... Warum läufst du gegen den Pfeiler? Das ist... Das ist die Technik, die 2020 zu bieten hat. Ich höre ein Auto, aber ich sehe keins. Sag mal, willst du mich verarschen? Ist hier einfach... Erstens, da sitzt keiner drin. Zweitens, das Auto hat... Ist hier voll... Really? Really? Das ist einfach ein Geisterauto, was vor den Laternenfall fährt. Gleichung schon, ne? Gleichung kann ich verstehen, dass man die braucht. Aber warum braucht man so eine Gleichung? Nennt mir einen Fall, in dem es vorkommt, dass man die Gleichung A minus B plus 4AB durch A minus B in Klammern mal Klammer auf A plus B minus 4AB durch A plus B Klammer zu braucht. Das ist einfach nur eine konstruierte Aufgabe, die nur dafür da ist, um ein Problem zu stellen, für das man eine Lösung finden muss. Ein Problem, was so an sich gar nicht existiert. Ein Problem, das man selbst erschaffen hat, einfach nur, weil man nichts Besseres zu tun hat, als eine Lösung für Probleme zu finden, die es sonst nicht gibt. Oh. Hey! Ich habe gerade... Gegessen? Nochmal, hast du gerade gegessen? Hast du gerade gegessen? Ja. Sie hat gerade gegessen. Na und? Behinderung von Fußgängern. Ups. Ich bin im... Er ist einfach despawned. Ich habe ihn umgebracht. Ich habe seine Existenz aus dieser Welt entfernt. Du sollst die... Ich hasse diese Steuerung. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Es muss nur ein Mensch gewesen sein. Ähm... What the fuck? Ich werde sie gerade niedergeschnitzen. Was soll das? War ja auch eine schwere Geburt, ne? Ich weiß nicht, wie man sich da verlaufen konnte. Aber ich hab's geschafft. Der steht wieder auf! Mann, mit den Legs ist das einfach richtig kacke. Könnt ihr nicht irgendein... Ihr könnt wahrscheinlich nachvollziehen, warum ich Fraps wie die Pest hasse. Und warum ich es normalerweise nicht benutze. So. Und jetzt halt gefälligst deine Fresse, Fraps, und leck nicht rum. Warum kannst du dieses Fass nicht anzaubern, wie es jeder andere normale Schwanzkopf gemacht hätte? Ich versteh immer Scheiße. Die sind nicht viel ernstzunehmender als die im ersten Teil, die dann immer in Zeitlupe gestorben sind. Die haben wirklich nicht Snarf gesagt, wenn die gestorben sind. Ja, die Eule fliegt ihm einfach in den Penis. Yay! Yay! Können wir springen? Und dem Ganzen endlich ein Ende machen? Schade. Wie Harry sich dabei auch bewegt. Sieht grad ziemlich nach einem Tentakel-Hentai aus. Aber das wollen wir jetzt mal... Nein! Meine Motivation, das hier noch zu spielen, ist so unglaublich groß. Ihr glaubt gar nicht, wie groß meine Motivation ist, das hier noch weiter zu spielen. Ja, ich glaub gar nicht, wie groß meine Motivation ist, überhaupt noch mit Hagrid Kontakt zu haben. Na, was treibt euch hier so hin? Bisschen abhängen im Polizeirevier. Ein bisschen hängen bleiben an der Mülltonne. Macht Spaß, kann ich weiterempfehlen. Nein, das ist eine Bohne. Es ist eine Bohne, aber Bohnen interessieren mich nicht die Bohne. Ich will einen Wurm. Einen verkackten, kack, scheiß, kack, blödelwurm. Der Scheiße und Kacke ist zugleich und aus Kot besteht. The Evil Mountain. Oder was steht da? Steht da überhaupt ein N? Steht da nicht einfach nur The Evil Mountain? Da steht echt nur The Evil Mountain, oder? Der definiert sich wirklich über seine Haare. Ich bin so cool. Guck dir meine Haare an. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Der ruft einfach in den Himmel. Seht meinen Vollbart, ihr Götter. Okay. Entschlüsselung. Man kriegt Geld für die Entschlüsselung von Orakeln. Ich meine, wer hat ihm das genehmigt und unterschrieben und ihm das Gehalt gezahlt? Da muss ja einer gedacht haben. Hm, okay, er hat einen Orakel entschlüsselt. Das ist mir 10 Dollar wert. Nee, um eben... Wo ist der gerade untergefallen? Ich habe keine Ahnung. Er hat wieder seine Brillentechnik aktiviert. Er schiebt wieder die Brille so hoch, dass sie im Sonnenlicht reflektiert. Das war perfekt. Ja. Das war richtig perfekt, wie ich das gemacht habe. Habt ihr das gesehen, wie perfekt ich dabei war? Ich meine, ich habe von zwei Wallis einen geschafft. Wir hatten damals bei uns in einer Mensa so eine Mensa-Dame, die bestand irgendwie zu 50% aus Warzen. Das war irgendwie immer, man hat gehofft, nicht von der bedient zu werden, weil man Angst hatte, dass das ansteckend ist. Was sagst du dazu? Findest du dieses Spiel unterhaltsam? Findest du dieses Spiel toll? Ich habe jetzt sogar extra gewartet. Aber das war jetzt zu spät. Der ist schon eine Millisekunde losgefahren oder so. Man hat es nur noch nicht gesehen. Oh Mann, ey. Es ist nicht mehr feierlich. Nee. Du merkst schon, warum ich so einen Hass auf dieses Spiel habe irgendwie? Warum mir dieses Spiel keinen Spaß macht? Das ist so lächerlich. Stell dir vor, wir hätten jetzt dreimal den Raum neu gemacht. Ja, vollkommen umsonst. Das ist doch einfach... Was? Das geht gar nicht. Der glitscht sich da immer durch. Jetzt stell dir vor, das geht einfach wirklich überhaupt nicht und der glitscht sowieso immer durch. Und sich vielleicht woanders stehen. Jetzt. Ich habe es doch gerade so gemacht. Es ist einfach nicht spielbar. Man kann es nicht durchspielen. Ja. Man kann es einfach nicht durchspielen. Wisse, das Spiel ist scheiße. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist so scheiße. Chuck Thompson. Was der für Nasenhaar hat. Nein. Du musst an der Wand lang kriechen. Crawl on the wall. Hang on. Die Filmsequenzen sind so lang, dass die Switch sich in den Stand-by-Modus schalten will. Patricia. Patricia ist eine Hexe. Habt ihr gesehen, was sie gerade getan hat? Sie hat sich teleportiert. But you really need to get enough sleep. If you need them, we have a selection of energy drinks available. Ich frage mich, ob ein Mediziner bzw. ein Apotheker dir jemals dazu raten würde, energy drinks zu trinken. Weil die sind nicht gesund. Und das hilft auch nicht, wenn du nicht genug schläfst, energy drinks zu trinken. Weil die helfen nicht gegen Schlafmangel. Echt jetzt? Wir müssen bis Montag warten? Ist nicht dein Ernst, oder? Man muss hier echt jetzt sogar noch Wochentage abwarten, statt einfach nur die Uhrzeiten? Und wetten, es ist gerade Dienstag oder sowas? Was soll ich denn die ganze Zeit? Moment. Ich will jetzt wissen, wie spät. Es ist Mittwoch. Es ist fucking Mittwoch. Es ist wirklich fast Dienstag. Es ist fast wirklich so schlimm. Mittwoch. Das heißt, wir müssen fast eine ganze Woche warten, in der wir jetzt einfach nichts machen und Zeit verschwenden, oder was? Alter, wer hat sich diese hirnverbrannte Scheiße ausgedacht? Äh, von wem ist das entwickelt worden? Von EA? Von Hagrids Mutter. Stimmt, dafür steht EA. E wie Hagrid und A wie Moda. Bei uns lernt ihr Buchstaben hier. Was ist deine Lieblingsduschszene? Da, wo man alles sieht. Ah, dachte ich's mir doch. Da sind wir einer Meinung. Ja, wenn du das meinst. Ah, so ein Schweinepriester. Muss ich jetzt wieder bis zu einem anderen Zeitpunkt warten? Ja. Ja, muss ich. Ey, macht das einen Spaß? Ist das geil? Was sehen sie in diesem Spiegel? Ich seh dich. Und mich. Und ich bekrupsche dich. Aber meine Eltern. Sollte auf jeden Fall. Scheiß-Einrast-Funktion, ey. Ich hasse sie. Dann müssen wir wahrscheinlich eh wieder warten, weil wir dann den Koch auch noch da ansprechen müssen. Geruchsbelästigung. Ich krieg jetzt Strafe dafür, dass ich nicht duschen kann, oder was? Ganz toll. Nicht gleichzeitig abwechseln. Ja. Warum auch immer, dass ein Verbrechen ist. Wieso muss man eine Geldstrafe dafür zahlen, dass man stinkt? Stellt euch mal vor, ihr wärt so ein Obdachloser, der keinen Zugang zu einer Dusche hat und auch kein Geld hat. Und dann kommt einfach so ein Typ vom Ordnungsamt und sagt, boah, nee, du stinkst. Jetzt gib mir erst mal 10 Dollar. Und dann kommt er eine halbe Stunde später wieder, du stinkst ja immer noch. Gib mir mal 10 Dollar. Willst du mitkommen, Patricia? Los geht's. Geruchsbelästigung. 55 Dollar. 55. 55. Wie viel Geld habe ich noch? Hat das eben auch schon 55 Dollar gekostet? Mein Finger brennt übelst, weil ich hab mir eben, ich hab's zustande gebracht, mir in den Finger zu schneiden. Und jetzt ratet mal, womit. Mit meinem eigenen Daumennagel. Macht das erst mal nach. Und jetzt krieg ich eh wieder eine Strafe für, 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 äh, für Geruchsbelästigung? Nicht zu nah dran gehen einfach. Vor allem, eben, die 55 Dollar Strafe haben wir gekriegt, weil wir mit Patricia geredet haben. Soll das heißen, Patricia hat uns einfach angezeigt? Wegen Stinken. Ja, was Ungutes liegt in der Luft. So. Oh, coming right up, honey. Ich will jetzt was von den Bohnen mit, rote Bohnen mit Reis. Rote Bohnen mit Reis. Reis, den sie nicht hat, will ich nur nochmal sagen. Wir müssen in der Nebenquest extra für sie Reis besorgen, weil sie angeblich kein Reis hat. Und jetzt kriegen wir von ihr Reis, den wir für die Hauptstory brauchen. Merkt ihr das? Merkt ihr das, wie toll das ist? Boah, mittlerweile bin ich am Ragen wie sonst was, ey. Dieser Part macht mich fertig. Ist das dein verkackter Ernst? Er schickt uns in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und meint jetzt uns Strafpunkte geben zu müssen, weil er uns auf dem Weg zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum erwischt hat? Ja. So schaut's aus. Das ist nämlich gar nicht Snape, sondern sein Zwillingsbruder Snape. Ich kann da nicht mal hoch. Einfach nur, weil ich den Geheimgang da hochnehmen musste. Schüler müssen Geheimgänge nutzen, ja? Steht so in der Schulordnung. Was hat der gerade gesagt? Ich habe gerade irgendwas verstanden mit einer Weihnachtskarte. Oh nein, ich habe aus dem Spiel rausgeklickt. Das ist nichts, aber eine schämlose Fetch-Quest. Richtig, es ist eine Fetch-Quest. Eine sehr beschissene Fetch-Quest. Weil man da... Fetch-Quest, genau. Fetch-Quest. Das ist eine sehr beschissene Fetch-Quest. Weil man da eine Woche zwischendurch... 60 Dollar! Das wird ja immer teurer. Das wird ja immer teurer. Wie soll ich das bezahlen? Was kann ich dafür, dass das scheiß Hotel keine funktionierende Dusche hat? Ich fühle mich von dem Spiel gedisst. Bis ich wieder auf dem Zimmer bin und duschen kann, bin ich pleite. Weil ich den Koch nämlich auch nochmal geruchsbelästigen muss, um überhaupt Zugang zu der scheiß Dusche zu kriegen. Was hatte ich denn für eine andere Wahl? Nein, 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 nein. Ah! Nein, 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 nein. Ah! So weak, ich bin gestorben bei dem Viech. Warte mal draußen, Patricia. Ich muss jetzt gerade duschen gehen. Wenn das dann endlich mal geht. Ich muss den jetzt sowieso nur ansprechen, damit er mir sagt, ja, hier in dem untersten Stockwerk gibt's auch ein Ventildreh da mal dran rum. Wieso kommt Jörg eigentlich nicht von alleine auf die Idee, das zu machen? Als ob man dem alles vorsagen muss. Und jetzt muss er extra da nochmal hingehen und den Koch voll stinken, dafür dann jetzt 70 Dollar bezahlen wahrscheinlich. Female Student Nummer 4. Die ist so unwichtig. Sie ist einfach so richtige Statistenbesetzung. Statist Nummer 4. Ja, habe ich. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Ich muss Ron und Hermine finden. Du bist langweilig. Gut. Schön, dich gesund wiederzuhaben. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Hagrid. Die Dialoge sind zu Orkmod einfach. Gehst du jetzt bitte endlich duschen und hörst auf zu stinken und Geld zu verschwenden, weil Leute dich anzeigen wegen Gestankst und dann musst du 100 Dollar dafür zahlen irgendwann. Was? Ron geht jetzt da draußen. Ich hoffe, Ron geht es gut. Weil er auf einen Schalter getreten ist. Glaubst du, er hat sich jetzt den Fuß verrenkt? Ja, und das und dem bin ich in Scheiße getreten. Ich bin in Scheiße getreten, bin dann ausgerutscht, haben mir dabei das Bein gebrochen und die Scheiße ist mir ins Auge geflogen und jetzt bin ich auch noch blind. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Das ist gar nicht. Ich stinke jetzt jedenfalls nicht mehr. Geruchtsbelästigung ist vorbei. Endlich. So, dann sehen wir uns gleich in der Kirche wieder, wo ich die scheiß Dinger da abgebe für The Lord. Aus irgendeinem Grund glaubt das Spiel, ich hätte einen Xbox-Controller angeschossen. Wer spielt freiwillig mit einem Xbox-Controller, wenn es so viele bessere Controller gibt? Ich bin eine magische Tourbahn. Lass mich mit dem Junge sprechen. Von Handengesicht zu Handengesicht. Ah, geil. Wo soll ich das denn noch herkriegen? Und wenn dann da steht X, dann weiß ich das nicht, was das auf dem Xbox-Controller ist. Der Xbox-Controller ist sowieso ein Ding, was einfach nur geguckt hat, ja, was macht die Konkurrenz und klaut das dann zusammen. Ich meine, die haben geguckt, was hat der PlayStation-Controller, was hat der Nintendo-Controller. Wir machen einfach eine Mischung aus beidem. Oh Gott. Sie, bla 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 bla. Oh, ich bin ein entsprechender Tourbahn. Ihr Grund, so fies zu ihr zu sein, ist nicht, dass sie irgendwie schlecht ist oder so. Nein, ihr Grund ist einfach nur, dass sie nicht die Beste von allen ist, weil sie unbedingt auf der Nummer 1 sein muss. Das sind so niedere Absichten. Kann man nicht einfach stolz auf das sein, was man hat, beziehungsweise das, was man kann, und sich damit zufrieden geben, wenn irgendjemand anderes besser ist? Es gibt Leute, die können einfach gar nichts. So wie ich. Wie soll es denen denn dann gehen? Sei zufrieden mit dem, was du kannst. Ich speichere jetzt an dieser Stelle. Und jetzt mache ich etwas, was ich die ganze Zeit machen wollte. Kleiner Wichser. Ich hau dir jetzt in die Fresse. Das geht nicht mal. Hallo? Kannst du bitte den Typen eine reinhauen? Das funktioniert nicht mal. Ich will dem jetzt, ich will ihm physischen Schaden zu. Ich will den. Ja. Das ist mir so egal. Mach mich arm. Ich will jetzt einfach nur noch den Typen... Ich will ihn einfach nur noch umbringen, ey. Kleiner Wichser, ey. Das ist so die Befriedigung, ihm einfach mal in den Kopf zu schießen, ne? Gesamtschulden. Ich sterbe jetzt einfach. Ich mache das so lange, bis ich sterbe. Was passiert mit den Schulden? Jetzt gibt es irgendwann ein Game Over oder so, wegen Schulden? Ich habe keine Munition mehr. So, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Tschau. Ist zwar voll der kurze Part wahrscheinlich, weil ich sehr viel rausschneiden werde, aber ich sitze einfach schon seit einer Stunde und zehn Minuten da dran. Und es geht einfach weiter. So ein Scheiß. Bis dann, Leute. Das war's wert. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Vielen Dank.